Wir kommen irgendwann schon an. Zu Fuß ist es definitiv schneller als per Dach. Oh nein, verpisst euch. Ich mag euch nicht. Jetzt schau mal, was die machen. Der kommt mit Hände abhacken und die... Oh, das tut weh. Bitte lasst mich doch. Deine Mutter schert. Ihr seid hier nicht erwünscht. Du kannst mich trotzdem in Ruhe lassen. Du musst mich nicht abmorgsen. Okay, wir sind jetzt oben. Und dann synchronisieren wir. Ja. Ich fühl mich so müde. Was ist denn das für ein Zeichen? Hä? Wie zerstöre ich die denn? Wir sollten uns beeilen. Ne, da müssen wir gar nicht hin. Tja. Bitch. So, äh, weiter, 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 weiter. Meine Familie ist sterbend. Kannst du die ein paar Münzen entbehren? Danke, Herr. Oh, falsche Richtung. Komm schon. Jetzt aber. Wir müssen uns beeilen mit den Töten. Sehr schnell beeilen. Mh. Verarscht mich doch nicht. ich mache wirklich Facebook aus diese Nervensägen okay, ich habe eh keine Zeit für euch Pappnasen ich dachte, ich hätte den geworfen geht doch warum haben wir eigentlich für so etwas warum müssen wir so etwas in Zeit schaffen, das ist doch sinnlos danke für eure Hilfe, Alter hier für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet okay, ich werde erstmal alle Programme im Hintergrund so gut wie es geht minimieren deshalb bis gleich okay, jetzt haben mich ein paar Leute mir so angeschrieben einmal Plan für eine Runde Warlight dann einmal reisen, dass er noch Schule hat schlimm, schlimm, schlimm Vorsicht ich sagte, Vorsicht na und ich habe auch kein Geld und ich halte mich an tretet Sven dann doch die Assassinen bei oder darf sie nicht, da sie eine Frau ist hmm wenigstens können wir jetzt endlich diese Stadt langsam, aber sicher verlassen und schaffen wir es reinzuspringen nein fail alter ihr was führt euch sobald wieder zu mir ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen recht, und ich werde urteilen Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn aber er hat auch Feinde er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen wohl wahr, sie standen sich nie nahe das gereicht mir zum Vorteil Richards Besuch hat ihn erregt wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken er wird abgelenkt sein genau dann schlage ich zu seid ihr dessen sicher? so sicher ich nur sein kann und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an dann gebe ich euch freie Hand beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt okidoki Boss ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist Spule vor, so aktuellen Menschen die hat gar nicht gesagt, dass wir uns ausruhen dürfen das ist gemein so Wilhelm und König Richard 300 Meter komm schon, komm schon wir wollen ja nicht zu spät zu deren, zu seinem von dem halt die Beerdigung wir wollen ja nur einen umbringen und den Rest da das wollte ich zwar nicht, aber ist mir ist mir hier auch egal haltet doch ein was macht der ich bin da wo ich sein wollte also so schlimm war das jetzt nicht ok tut mir leid, ich konnte dich nicht retten ich wurde vom Baum ich wollte mich doch verarschen hat das Spiel so ich wusste nicht, dass es so rumglitschen kann boah, hau ab mit der ich mag die französische Sprache einfach nicht ich find die so schrecklich da da, 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 da ich seh's schon und runter mit uns oh, das war knapp ah, hier war das was hier war erklär schon, wer in Assassin's Creed 2 sind was ich mich daran noch erinnern kann 3.000 Seelen, Wilhelm ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten die Sarathenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten ihr wisst es ich tat euch einen Gefallen oh ja einen großen Gefallen, fürwahr jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossen erkämpfen ich kenne unseren Feind er ist nicht gestärkt sondern von Angst erfüllt sagt mir wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden ich tat, was recht war was billig war ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten aber das sehe ich hier nicht nein ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient ihr seid der Regent von Akron Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? wollt ihr vielleicht meine Krone? ihr verfehlt den Sinn aber das tut ihr ja immer so gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeulten würde ich habe einen Krieg zu führen die Pferde sind cool dann lasst euch nicht aufhalten eure Hoher die Pferde sind so schön die Pferde sind so schön die neue Welt wird für Leute, die ihnen keine Verwendung haben gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt warn sie, dass jede Nachlässigkeit aus Schwerste bestraft wird ich bin heute nämlich nicht zum Spaß aufgeregt ja mein Herr der Rest von euch, folgt mir so, wir könnten jetzt einen Unschuldigen töten weil es einfach so klasse ist oder wir machen es like a assassin und klettern hier hoch